Keine Ahnung, es hat irgendwie in mich negative Gefühle und es hat mir wieder so ein bisschen den Hass aufs Rauchen gegeben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das finde ich jetzt interessant, dass du da nichts gesagt hast, weil für mich an der Stelle absolutes Unverständnis. Nicht nur, weil du halt da sitzt, sondern genau deswegen, weil halt da Babys im Kinderwagen liegen, die halt, ja, den quasi dann auch direkt im Nulljahr oder im ersten Jahr oder was weiß ich, direkt passiv mal mitrauchen. Das ist ja wirklich das allerletzte. Also schon Leute, die das bei ihren eigenen Kindern machen oder sowas, kann ich schon nicht ab. Aber man muss sich nicht neben jemanden setzen, wo man sieht, dass die Person auch noch einen Kinderwagen hat und sich dann in der Kippe anzünden. Absolut überhaupt kein Verständnis für solche Leute. Deswegen, also mich regt das ja schon auf. Ist inzwischen nicht mehr so, weil ich nicht mehr so oft fahre. Aber wenn es zum Beispiel regnet, alle Leute gehen unter so ein Haltestellenhäuschen und dann fängt einer an, sich eine Zigarette anzuzünden. Da könnte ich wirklich ausrasten. Aber es ist nicht mehr so, weil ich halt nicht mehr so viel Straßenbahn fahre. Deswegen, ja, weiß ich nicht, wie es inzwischen geworden ist, aber ich glaube nicht, dass es sich gebessert hat. Ich beobachte ja nur, dass es so ein bisschen eine größere Ablehnung gegen das Rauchen gibt, mehr oder weniger. Ja, aber trotzdem wird sich nicht daran gehalten, dass es ein Rauchfeierbahnhof ist oder dass es extra eingezeichnete Bereiche gibt, wo geraucht werden darf.